Servus Leute, ich zeige euch heute wieder eine neue Mod-Vorstellung. Es gab von mir schon lange keine Mod-Vorstellung mehr, aber heute habe ich endlich wieder was gefunden, das mir gefällt. Und da habe ich einen Brandner Rungenwang und er kostet 3.600 Euro im Shop, hat schöne Texturen, ja, wenn man näher dran geht, dann ja, es geht. Und ich habe mir den Heckkranken dazu genommen, also unten in der Beschreibung, der Traktor ist auch unten in der Beschreibung, also D3 Mods und da ist einfach nochmal nur Zustände da, also es gibt noch einen und ja, probieren wir das Ganze mal aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So Leute, ja, oder ich hab's, äh, endlich geschafft, einen Baumstamm drauf zu machen. Nein, nein, nein! Ja, ups, 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 ups. So. Jetzt gehen wir mal auf den Traktor. Also nicht auf den Traktor, wir sind scharfen Traktor. Oh. Okay, er ist. Okay, er kann nicht runterfallen. Das ist schon mal gut. Ah, ja. Mir gefällt er sehr. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr denn gedownloadet habt. Und lasst mich bitte bewertigen da. Ich habe jetzt sehr zu viel geredet. Mir gefällt das sehr. Und ihr habt das jetzt alles in die Zeitraffer gesehen. Warum sag ich das eigentlich noch hinein? Aber anscheinend fällt er nicht runter, das Holz. So, ja. Jetzt, äh, die ganzen Mods sind unten in der Videobeschreibung. Und haut rein. Und ciao. 這樣 Position ist es. principio Inz abs,ila V Г Анna од. Ich darf ich einfach proben vier. Das ist richtig. Das heißt, du darfst mal aus. Bis zum nächsten Mal.